Nun zum Tatbestand der Korruption. Was sind Kernelemente korrupten Verhaltens? Letztendlich nutzt jemand eine Position, die er kraft Beruf oder kraft politischer Stellung hat, zu seinem persönlichen Vorteil. Er nutzt Beziehungen aus Entscheidungsbefugnisse, die er hat, um sich damit persönlich zu bereichern. Es werden bestimmte Sachverhalte verschleiert, es wird etwas verheimlicht. Geschädigt sind sehr häufig die eigenen Unternehmen, geschädigt ist die Allgemeinheit im Zusammenhang bei Bestechungen mit Amtsträgern. Und ich habe gestern nochmal nachgesehen in meinem Lateinlexikon aus den 60er Jahren, was dort unter korumpere steht. Und ich bin fast erschrocken, was da drin steht, nämlich vernichten, zugrunde richten, zerstören, vereiteln, ungenutzt lassen, verführen, bestechen. Eigentlich genau das, was wir in unserer Gesellschaft heute unter Korruption verstehen. Das bringt es auf den Punkt. Das bringt es auf den Punkt. Und es ist auch eines der Delikte, die absolut sozial schädlich sind. Weil es bestraft diejenigen, die im Beruf und im Wirtschaftsleben ehrlich sind. Das bringt es auf den Punkt. Also, das bringt es auf den Punkt.